Tag 7. Wir sind hier in Wartzeön. Es ist deshalb ein besonderer Hafen, indem ich immer gerne mal ganz kurz rausgehe, wirklich sehr sehr kurz, weil wir hier nur einmal sind auf der ganzen Reise. Und das auch nur sehr kurz. Wir steigen hier immer Leute ein, Aus, Ladung, wie immer. Gleich sind wir in Kirchenes, Wendepunkt der Reise.